was geht ab heute echt super super saftig wir haben die 3000 abos geknackt danke und shoutout an alle abonnenten zuschauer ich war gestern unterwegs da kamen so langsam die nachrichten glückwunsch 3000 abos und so und da kam auch die kommentare langsam echt super saftig wie gesagt danke an euch alle ich weiß noch also das ging echt schnell ich weiß noch wo ich das 1000 abo video gemacht habe und gehofft habe dass wir die 25 knacken weil das mein großes ziel war den alten channel zu überholen und das war vor nicht mal eineinhalb monaten dann habe ich die 2000 geknackt wo ich spiele trend herausgefordert habe und während des events noch haben wir auch die 25 sogar schon geknackt da hatte ich halt echt keine zeit irgendwas zu machen weil ich musste 40 werden und jetzt dann danach erstmal auf uni konzentriert und schon haben wir die 3000 geknackt echt super saftig 4000 auf mich bald 5000 dann 10.000 dann 100.000 wer weiß auf jeden fall echt saftig und im verlauf des videos werde ich ein paar eier schlüpfen und mit den jungs chillen da wo alles angefangen hat im fontainment münchen oh mein gott oh mein gott man was ist hier los man wer weiß wer weiß hopp mal ich habe meinen pokemon channel gesehen man geht echt krass ab man ich weiß schon alter man ja so 25.000 views oder so mein gott leidest du nicht mal bei yuki so reingesteigert man aber nein der football steigert jetzt die end rein und bei yuki war ja endlich los weißt du wieso wieso das alleine machst du ja genau ich habe den ballast weggeschmissen die mich runterziehen so wie den hier ja man endlich hast du die schwäche erkannt man ja so ist es direkt eliminiert ja es geht hier so ja es geht hier so alle alle schon die neuen alle ok man es war ernst wenige man zweite generation ernst wenige ok man kann dritte generation also hoffentlich diesen sommer ok wie es richtig war nee ich versuche seinen shot los zu werden und ihn zuhause hat man möchte gerne wo ist eigentlich chomp man er wollte um heute drei kommen zwei volte schon kommen zwei volte schon kommen echt unzuverlässlich wie früher man genau wie früher gerade nutzlos nur nico er war krass nur ich und er aber die m seid ihr dabei oder judy war wendeln man bis dahin kann man noch dann spielen ja kann man schon noch spielen oh mein ok zu viel zuend dabei ok tvt ist zurück tvt ist zurück tvt react tvt ist tot man als maus du bist du du bist du bist du bist du bist du bist du bist traurig oder chum du bist echt tot nicht mal chum beng spielt mehr ich gehe jetzt vorne in den laden paar mangas dann schon glaube ich ich glaube ich verkauf auch alles nur noch nico fleißig am start adem unser comeback man ja was Artela ist wieder da ich baue wieder da scheiß mal alles ich spiel Cosmo Ich kann alle bei Teilnehmerbeinen wegnehmen. Ich steh mal beim Spiel auf auf Teilnehmer. Bitte schickt uns sowas. Wenn der Gelegenheit spielt, sind wir im Endeffekt. Wir spielen von 6 Runden hier. Wir sind jetzt in der Hütte. Und das heißt, man kann auch bei 8 Uhr. Wunderbar, die letzte Geschichte hat er das gekauft. Es ist kein Problem. Wenn ihr keinen Bock habt, ihr beide habt. Oder jetzt bei den Juniösen. Der ist ehig. Der ist ehig. Der ist ehig. Der Dienst amforst aus Dep一 von Rap . Wer hat sich gekommen? Der ist beschäftigt. Es kann nur weniger los sein, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin um 8 Uhr. Ich bin um 8 Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich schaue jetzt mal Homske's Profil ab, was er so eins hat, oh ich hab Pokémon. Meryl. Oh mein Gott, kannst du Curfbar werden? Natürlich, ich hab was fangen, Alter. Du bist ja Homske. Ich schaue Homske Channel an, deswegen kenn ich das. Er hat uns alle zu Pokémon gebracht. Er hat's geheimt, der Bauer. Nein, nicht Pokédenkse, ich brauche Pokémon, oder? Ratschle. Du musst sortieren, Mann. Hier. Ja, ich merke. Alter. Charles Homske-Styler in meiner Auge-Dex. Ja, die kennen meine Pokémon schon. Junge, du bist ja anders krank. Ich bin auch ein krasser YouTuber geworden. Ja, wie ist das denn? Nein. Hollers! Ich weiß nicht, wie ist das denn? Hey, ich bin einfach mal bereit. Der ist schon mal bereit. Der kennt doch deiner Pokémon. Ich kenne doch deine Pokémon. 5 Millionen. Immer noch? Ich habe noch nichts ausgegeben. Das sind deine Pokémon. Ja. Geht's noch her? Zurzeit nicht, nein. Da kommt ja nichts mehr. Kommt ihr euch auf alle Orden? Kommt ihr euch auf alle Orden? Nee, nicht alle. War eine Medaille, oder? Hast du Carpador voll? Ja, schon lange. Carpador war ensleucht. Philipp hat die anzeigen lassen. Ja, mit diesem Hut, gell? Ja, danach war es ensleucht. Habt ihr eine Tour? Hast du eine große Carpador gemacht? Ja, echt, Mann. Ich habe ernst die Kopfschmerzen. Du hast auch schon Kopfschmerzen, Alter. Was ist mit dir passiert, Mann? Du warst ernst, Kasper. Wie geht's hier? Demi kennt echt jeden Mogo hier vom FD. Genau, jeder. Ich muss jeden ansprechen. Ja, direkt. Also das gehört, ich muss jeden ansprechen. Oh mein Gott, zum Glück habe ich eh nicht gepackt. Ich bin nie wieder raus. Ja genau, Alter. So, das war's. Bayer geschlüpft, mit den Jungs gechillt. Mein erstes Gelacks aus dem Mai. Endlich. Wenige Kennies, aber besser als nichts. IVs waren auch okay. Schauen wir mal, was das nächste Ziel ist. 5000 wäre super saftig, aber das dauert noch. Hoffentlich die 4000, wenn ich ungefähr meine Bachelorarbeit abgebe. In einem Monat müssen sie machbar sein. Dann können wir da zusammen irgendwas krasses draus machen. Modul, Action oder sowas. Ansonsten war's das eigentlich. Erzählt allen euren Freunden von meinem Channel, dass wir die 4000 bald knacken. Und wir mal liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Ahnung, wie es so ab. Checkt mich auf Instagram und Facebook. Vergiss das Pokémon, das ist jetzt Business.